Gibt es irgendwas? Ich glaube nicht. Eine Abkürzung. War schon mal gut. Meine sieht es aus. Ich habe Angst. Ich will schon mal alles kaufen. Das ist doch nicht normal. Okay, hier gibt es nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich bin ich noch nicht. Ich bin es sicher. Oh, das ist das. Wenn man sich die Möglichkeit hat, wenn man sich die Möglichkeit hat, wenn man sich die Möglichkeit hat. Sokora 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 Das, ja. Oh mein Gott. 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 Ah, we're going to the shaft? Okay. Oh my God. 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 Vielen Dank. Okay. Ja, die hab ich halt auch noch, aber ich häng da auch nicht dran, ganz ehrlich. Die Dechse auszurüsten. Ja, ich glaube, das ist mit R nicht. Ah, so kann ich tauschen. Okay. Was? Ich weiß halt nicht, wie könnte man... Achso. Köder, Bogen... Schwierig, würde ich sagen. Geh mal weiter. Guck mal, was passiert. Oh, ist noch ein Geister. Oh, nice. So. Geh mal hier runter. Ich glaube, die sind doch aus dem Gebäude langsam raus, würde ich sagen, oder? I guess. Bin mir nicht sicher. Guck mal, was passiert. Ah, ist mir hier unten? Na klar. Verlassen. Verlassen. Wir finden das TORI. Okay. Wir finden das TORI. Energie wieder ein bisschen aufladen hier würde ich sagen. Boah. Eine ganze Gasse voller Automaten. Oh, hi. Gibt's hier was? Ah, hier kann man ausstreichen. In der Miezi Katze streichen. Doch nicht wirklich. Dieser Verkaufsautomat. Ah, hier. Oh. Na da? Nezke eines Akanami. Mein Gott, da hab ich mal ein Cosplay gesehen. Lieben Badezimmer Schmutz. Alles klar. Das will ich nicht in meinem Badezimmer haben. Welcher Verkaufsautomat? Ja. 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 Ich schwör, ich seh eins zu eins wie das Original aus. Er ist schon cute, ne? Danke, Hundi und Katzi. Katzen helfen immer so Dinge zu finden. Das finde ich total toll. Da ist er. In Gassen gehen lohnt sich endlich immer wieder. Auch in Real Life Japan. Kann ich nur empfehlen. Oha. Ah, hier kann man dann wieder hochgehen. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will hier ein bisschen umschauen hier. Ach, hier ist Sonne. Da gehen sie. Haben wir damit das? Kommt mir da gar nicht hin. Oh, schade. Ach so, nur da. Könnte man jetzt mal drücken gehen? No. Nichts besonderes. Oha, was zum Beten? Oha. Soll die Geistern? Soll ich einfach nur öfter benutzen? Da ist noch ein Hundi. Ja, ein roter. Mein Gott. Wie gut? Ja. Ja. Hm, hm, hm. Nice, nice. Eine rote Statue. Ist auch ein Hund. Ah, das ist was zum Verkaufen. Heben. Ramude Bonbons. Ich will jetzt ein bisschen weg. Hi, Michelle. Na, wie geht's? Ja. Das ist sehr nett. Du hättest mir Safety-Statue gezeigt, oder? Bin mir sicher, dass du es getan hättest. Aber ich fahr schneller. Jetzt würde ich... Ah, ich schau mal, mal kurz zu oben. Ich glaube, da oben war nichts weiter. Ein Senkroben. Sorry. Okay. Ja, wo viel Money? Money, 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 Money. Lass mal schauen, was es hier so gibt. Die sind so verkauft schon, ne? Naja, jetzt sind wieder Katze am Berg. Gibt's hier? Lass mal schauen. Ah, grad bei der Con. Oh, cool. Bubble Tea. Ja, ich kaufe alles auf. Was auch da. Was gibt's hier? Ramune gibt's hier, oder was? Was für eine Con? Was für eine Con warst du denn? Epe Kaki-Guri. Kaki-Guri ist lecker. Ich schau bei Gott. Ich habe mit Aguri in Kyoto auch Kaki-Guri gegessen. Und es war sehr lecker. Sehr lecker. Äpfel müssen da runter. Hä? Was war hier? Doggo Food. Oh mein Gott. Ein Daily. Ich will mal rein. Das ist so eine Anime-Anime, oder was? Anime-Anime-Animex? Animex? Gibt's hier überall. Das ist Animex. Ich kann nicht ewig Miaunen-Schwanz nachjagern. Ich jagge Miaunen-Schwanz auch nicht nach. So, was gibt es hier? Futterfutter, Kibidango. Ich will nach Japan, Leute. Konserviertes Tsukiyaki. Wir haben so viel Essen. So viel, aber dreifarbige Gerangos haben wir auch nicht. Die holen wir auch gleich alle her. Guck haben wir auch gekauft komplett, ne? Schicke Musik, die Bestelli. Was auch fehlt, ist dieses Gebimsel, wenn du reinkommst. Ist auch total cool. So. Utagawa. Einkaufsviertel. Okay. Ja, natürlich ist es da. Haben Sie auch schon gesehen. Ist ja nicht zu übersehen. Also. Trotzdem, hier sind Gassen. Hier ist eine Katze. Oh. Ich bin noch hier. Nein. Oh. 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 Bin noch hier. Oh. Ich kann mich nicht zufrieden stellen. So eine bist du also. Die ist klar. Das ist hier so... Da muss ich bestimmt noch hin oder so. Ramudebongel. Gibt es nichts. Egal, war eine Gasse. Ja. Ich geh mal hier hoch. Tschö, ich will doch noch hoch. Ja okay, ich geh mal zum Turi. Können wir auch hier hin. Gibt's ja... Komischer... Bist du aufdringlich? Irgendwas ist faul. Ich bin... Ich bin... ... ... ... ... Was? Fürst? Was? Was muss ich jetzt genau machen? Ohne Mist! Was für Steine! Wie auch, wie immer? Was willst du essen hier? Ich komme nicht raus. Aber was für Steine? Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Oh! Ich komme nicht raus. Du bist noch immer so ein Stein oder was? 4 Steine Ach shit, jetzt hat die nicht gesehen Berole, ich hab mal jetzt Zeit für dich! Jetzt mal ohne Mist! Berole, ich hab mal jetzt Zeit für dich! Jetzt mal ohne Mist! Oh, das ist ja schon! Oh, ich hab jetzt schon! Oh, ich hab jetzt schon! Oh, ich hab jetzt schon! Oh! Oh! Muss er hier irgendwo eine Möglichkeit geben? Es wird auch immer wichtig. Melancholene für Sieg aufgeregt. Die Schlechleuchte. Ich sehe keine Schleuchte aus. Ja ich bin, ich habe ... Ach komm schon! Jetzt guckt die mich dann. Das war's. 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 Das war's.